Während des Online-Shoppings kann man leicht den Überblick verlieren. Zum Beispiel, wenn man nicht direkt findet, was man sucht. Wir haben gefragt und herausgefunden, dass jeder vierte Online-Shopper seinen Einkauf abbricht, wenn er nicht klipp und klar erkennt, dass er auf Rechnung zahlen kann. Also nennen wir das Kind in Zukunft beim Namen. Und aus dem Bill-Safe-Banner wird der Banner, der Rechnung heißt. Damit wird Online-Shoppen auf Rechnung kinderleicht und Sie gewinnen so das Vertrauen von 85% aller Online-Shopper. Die Abwicklung nach dem Kauf ändert sich nicht. Weder für Sie noch für Ihre Kunden. Das Einzige, was sich ändert, Ihre Umsätze gehen durch die Decke. Und Ihre Kunden finden in Zukunft genau das, was Sie wollen. Den Kauf auf Rechnung. Bei uns hat's Klick gemacht. Bei Ihnen auch? Dann jetzt schnell und einfach den Bill-Safe gegen den Rechnung-Banner in Ihrem Online-Shop austauschen.